So, wo sind wir denn gerade? Ach, ich bin der Scheiße, ich weiß nicht. Was ist denn jetzt passiert? Erzähl mal. Wir stehen im Stau. Warum denn das? Weil du zu blöd bist, ein Navi zu bedienen. Und wie lange habe ich gebraucht? Eine Stunde mindestens. Und warum ging es nicht? Weil du eine Frau bist und blond bist. Und warum noch nicht? Weil du vergessen hast, den Säckenknopf zu drücken. Den Säckenknopf. Mann! Und was fehlt uns natürlich noch zu unserem Glück? Die Kinderschokolade. Sehr schön. Guck mal, wir können ja gleich rausfinden, wo wir sind. Und wir sind A7 Hülsheim. Guck mal. Wir befinden uns hier auf dem Weg nach Bremen. Wir wollen zur Waterfront in Primark zum Schroppen. Und das habe ich heute an. Besser als nichts. Und deshalb... Oh, jetzt ruft er an. Ich habe eine SMS gekriegt, aber die lesen wir jetzt alle nicht zusammen. Halt mal, erzähl mir irgendwas. Äh. Ja. Stau. 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 Was gibt es denn? Was wolltest du jetzt? Stau. Jetzt bin ich wach. Kuss. Kuss. Kuss kann er sich auch sparen. Was gibt es denn? Was gibt es denn? Ja, was gibt es denn? Nichts gibt es. Stau gibt es hier. Das ist Mahanas Handbremse. Die sie heute bestimmt schon 30 Mal benutzt hat. Hi. Die filmen auch. Hi. Ja, wir sehen uns dann. Ich rufe ihn gerade nochmal an. Warum fahren die und wir nicht? Wir hätten mal mal die linke Spur genommen. Nein, wir müssen dann irgendwann fahren. Ja, toll. Oh Gott. Jetzt geht er wieder nicht dran. Mann. Kran? Kran. 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 Warum schreibt er mir überhaupt deine Ängste? Jetzt bin ich wach. Anna antwortet nicht. Händen Sie einen Rückruf bitte per SMS-Presse. Bitte. Ich tue. Zum zweiten Mal heute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Aus. Sieht nicht so aus, als ob wir hier irgendwann nochmal abfahren können. Wir fahren ab. Nachricht. Ob ich jetzt einfach wieder links rüber fahre? Genau, wir machen Stau-Hopping. Ich will da rüber! Wir wollen auch mal Stau-König sein. Stau-König sein ist voll toll. Da kann man immer vorne weg fahren. Ja. Ja, wir werden das jetzt hier noch ein bisschen beobachten. Wir haben ja genug Zeit. Geh doch mal ins ICQ für den Schrankberater zurück. Ich geh mal ins ICQ. Tschüss! Sag tschüss! Und was kaufen wir gleich? Wir fahren! Ja, wir fahren! Wie viel fahren wir denn? Fünf Gramm. Na, neun. Neun Komma neun. Fünf. Man wird aufgerollt werden. Das sind fast zehn. Wir stehen wieder. Wir stehen wieder. Wenigstens etwas, ne? Stehen ist immer schön. Hehehe. Äh. Ja. Guck mal, von Pari. Von Pari. Ja, guck mal. Da sind, äh... Wörfeln. Und wir befinden uns immer noch auf der A7 Hildesheim. Wir fahren noch genau 141... Mensch, wir sind schon genau 8, 2, 3 Kilometer gefahren. Ich muss ja rückwärts rechnen, ne? Egal. Warte.